Keiner glaubt mehr daran, dass da wirklich was draus wird. Erde an Berlin, vergesst es einfach! Das kann nichts mehr werden mit diesem Flughafen. Zumindest nicht in naher Zukunft. Captain Picard, wir haben endlich die Erde erreicht. Gute Arbeit, Data. Wir haben allerdings kaum noch Sprit. Und wo sollen wir dann landen? Die einzige Möglichkeit auf der Erde zu landen ist... Berlin-Brandenburg. Da hat doch der Wurwereit 2013 einen Flughafen gebaut. Und welches Jahr haben wir heute, Lieutenant Data? Wir schreiben das Jahr 3745. Mist, dann ist der Flughafen immer noch nicht fertig. Wurwereit! Dein Flughafen ist scheiße! Das war dann gewesen. Ja!